UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Das war es so, was ich habe. Das war es so, was ich habe. Das war es so, ich habe. Ich bin Simon. Wir sind in der Basie Nr. 1. Wir haben die Schleifung und Laboratorium. Wir haben die Schleifung. Ich habe die Schleifung. Ich habe die Schleifung. Wir haben die Schleifung und Laboratorium. 13 cywilizacji sind. Das muss auf Deutsch sein. Das ist für die deutsche Familie. Simone muss laut sprechen. Das ist für die deutsche Familie. Simone muss laut sprechen. Simone wird sagen, dass sie auf Deutsch sprechen. Und ich werde sie ruhig in Polkisch sprechen. Und wir haben die Schleifung. ihre Sprache in der Fahne aus. Simon kann sie auf Deutsch sprechen. Die Schleifung sagen, dass sie die Schleifung der Fahne aus gewählt und das verbaut ist. Sie haben die Schleifung. Die Schleifung ist das wichtig. Die Schleifung ist das wichtig. Die Schleifung ist das wichtig. Das ist eine Zivilisation und für unsere Galaxie sind es neun weiter. 9 Galaktik, die diese Planeten aus der Drogi Mlecznej ist auf dem Tisch. Er liegt jetzt auf dem Tisch und das scanne ich über den Körper. Der Kristalltisch ist schon mehr als die Hälfte geschwächt. Ihre Planeten ist sehr zerstört. Was sieht jetzt am Gehirn auf der rechten Seite? Das ist ein rundherer Chip. Der ist aktiv. Der hat mit Stress und Problemen zu tun. Der ist ein ovaler Chip. Der schallt sich immer wieder aus und an. Das soll dann halt so wie so eine Art Depresion sein. Der schallt sich immer wieder aus und an. Ja ja klar die nehmen das alles weg immer. Diese Chips. Dann ist ein dreieckiger Chip. Der ist aktiv. Das soll die genetikfehler halt unterstützen. Dann ist nochmal ein sechseckiger Chip. Der schallt sich immer wieder aus und an. Und das soll halt dann ängste verursachen. Und das soll halt dann ängste verursachen. Auf der anderen Seite ist ein quadratischer Chip. Der probiert sich auch kurz anzuschalten. Und das soll dann halt sich auf das Gedächtes auswirken. Und das soll halt schmerzen verstärken. Dann ist noch ein quadratischer Chip. Der ist nicht aktiv. Und ein ovaler Chip. Der ist auch nicht aktiv. Die ist auch nicht aktiv. Auf der anderen Seite liegt noch ein runderes Chip. Okr 카메�. Der ist nicht aktiv. Der ist nicht aktiv. Der ist nicht aktiv. Und die Monteinge haben wir also ein. Das ist nicht aktiv. Der ist nie aktiv. Der ist nicht aktiv. Und auf dem perfund haben. Der legge noch ein runderes Chip. Zwischen den Wirbeln im Nacken liegt ein dreieckiger Chip, der ist nicht aktiv, auf der linken Schulter ist auch ein ovaler Chip, der ist aktiv und der soll halt die Rückenmuskulatur verspannen. Raffael hat jetzt noch so ein Handtuch hingelegt, ein energetisches Programm. Bis runter zu den Fingern ist nichts, Herz ist frei, auf der Lunge liegt ein ovaler Chip, der probiert sich gerade anzuschalten. Und das soll dann halt die Lunge tätigkeit mindern, auf der Leber ist noch ein dreieckiger Chip, das ist auch aktiv und das soll halt einfach dann die Tätigkeit auch wieder mindern. Und das soll halt die Marken schleim heute reizen. Die Dermen sind frei, auf der linken Seite ist ein kleiner, runder Typ, der nicht aktiv. Die Blase ist frei, die Prostata, das ist ein kleiner Dreieck, das ist nicht aktiv. Die Boden sind frei, die Oberschenkel sind frei, die Knie sind frei, bis runter zu den Fußten ist auch frei. Die Stube haben nichts gefunden, jetzt schauen wir die Aura an. Die Aura hat eigentlich auf der linken Seite, auf der Oberschenkel komplett bis zum Knie fast ein Rest. Da ist ein Tier drin, der aussieht wie ein V. Und in der V ist ein kleiner Dreieck, der auf der Oberschenkel ist. Okay, Raphael hat das Tier entfernt das Tier und tut die Stelle mit seinem Laser zu Lasern. Jetzt wird die Aura wieder komplett aufgefüllt. Ich muss sagen, mit Gold, nicht? Ja, ja, die Energie ist Gold. Gut, jetzt ist er komplett wieder die Aura. Die Aura ist jetzt komplett. Jetzt kriegt er wieder seinen Planetenschutz. Jetzt kriegt er wieder seinen Planetenschutz. Und wir jetzt mit Raphael wollen wir ja noch zusammen zum Labor. Ja, Raphael zapraszt er zum Laboratorium. Okay. Okay, gut. Wir sind jetzt im Labor. Wir sind jetzt im Labor. Wir sind jetzt im Labor. Ja, das ist eine neue Technologie. Genau. Das ist auch am Scan, wo halt wieder über den Körper fährt. Wo jetzt als allererstes sehe ich halt den kompletten Knochenbau. Und wenn da jetzt was nicht mehr so gut ist oder gerade Probleme macht, blinkt es auf und verschwindet. Und in diesem Scan ist noch so ein Strahl nach oben und da wird dann das Organ oder halt auch die Knochen aufgebaut wieder. Und wenn sie sich wieder ein und dann wird es halt wieder komplett reingesetzt, was verschwunden ist. Simone po niemiecku teraz wytłumaczyła, to, co ja Wam zawsze tłumaczę po polsku. Bo to ist, das ist das erste Mal, die diese Person wird sehen. Und dann wird sie sehen, dass was da jetzt passiert. Dass die Organe, die Mäste znikają in der Licht, und sie sind wieder regeneriert. Okay, gut. Also ich sehe jetzt halt den kompletten Knochenbau. Jetzt geht es um die Knochen. Also das erste, was halt jetzt aufgeblinkt ist, ist die, also nicht nur die Hüftknochen, die komplette Hüfte mit Hüftknochen. Also. Pierwsze rozbłyski są na biodrach, obu biodrach, zniknęły w świetle. Und das ist jetzt, wird aufgebaut in diesen Lichtstrahl. Das dauert jetzt Moment. Zniknęło to. W świetle. Okay, die Hüfte fügt sich jetzt wieder ein in den Körper. Jetzt sinds die Handgelenke, wo gerade beide aufgeblinkt sind. Jetzt sinds unten an Füßen noch beide Fußgelenke, wo aufblinkt. Und das sind alle. Und die Hüfte fügt sich jetzt wieder. Und diese Hüfte fügt sich jetzt wieder ein. Jetzt sehe ich halt die komplette Muskulatur vom Körper. Jetzt blinken gerade die Oberschenkel muskulatur auf. Jetzt sind es fünf Teile von der Rückmuskulatur, wo aufgeblinkt sind. Jetzt sind es vier von der Bauchmuskulatur, wo aufblinken. Es sind fünf Teile von der Bauchmuskulatur in der Bauchmuskulatur. Das war jetzt mit der Bauchmuskulatur. Jetzt sehe ich die ganzen Sehne und Bände im Körper. Das war jetzt mit der Bauchmuskulatur in der Bauchmuskulatur. Okay, die fügen sich wieder ein. Das war's damit. Jetzt sehe ich die ganzen innere Organe. Und jetzt sind die inneren Organe. Das ist jetzt komplett das Gehirn. Das ist jetzt komplett. Das ist jetzt komplett. Das ist jetzt komplett. Die Teile von jedem Auge, wo aufgeblinkt sind. Und dann sind zwei Zeichnen auf der Bauchmuskulatur. Das war's damit. Das war's damit. Die Aphmau und Bände. Das war's damit. Das war's damit. Das war's damit. Jetzt sind alle Lymphknot am Hals, wo auch die Plinkse ist. Die Lymphknoten sind alle Lymphknoten im Hals, wo auch die Plinkse ist. Jetzt sind alle Lymphknoten noch 5 Lymphknoten, wo auch die Plinkse ist. Die Lymphknoten sind alle Lymphknoten. Jetzt sieht man den kompletten Herz-Kreislauf. Die Lymphknoten sind alle Lymphknoten. Weil der komplette Herz-Kreislauf auch aufgeblinkt ist. Weil die ganzen Adern, also da ist alles irgendwie sagt. Raphael muss wieder neu gemacht werden. No, cały Układ krwionośny, rozbłyski, wszędzie, mówi, że musi być z Archivum ściąga kopie Układu krwionośnego, bo są zniszczone wszystkie żyły. Man kann sagen, mein Raphael ist wie, als ob der Kreislauf vergiftet ist. Mówi, że jest zatrucie, ten całego układu krwionośnego jest duże zatrucie. Ok, jetzt fügt sich der Herz-Kreislauf wieder ein. I kaza sich z powrotem, cały układ krwionośny. Jetzt sinds noch drei Teile vom Herzen. Trzy rozbłyski na sercu zniknęły w świetle. Ok, jetzt fügt sich auch wieder ein. I kaza sich z powrotem. Jetzt ist komplette Luga, wo aufgeblinkt ist. Jetzt sinds drei Teile von der Leben. Jetzt sinds drei Teile von der Leben. Trzy rozbłyski na wątrobie. I te miejsca zniknęły w świetle. Ok, jetzt fügt sich wieder ein. Jetzt fügt sich auch wieder ein. Jetzt ist auch wieder ein. Jetzt ist auch wieder noch kompletted Arm. Und dann fügt sich zwei Teile von der Leben und der Leben. Jetzt fügt sich jetzt auf wieder ein. Jetzt ist jeweils ein Teil von der Rechten und der Linken ihre aufgeblinkt. Obdwiennetk zniknęły w wschwede. Ok, das wieder ein. Das ist ein Teil der Prostaty. Na Prostaci zniknęła w wschwede. Ok, das wieder ein. Jetzt vom rechten hoten eine kleine Teil, wo auf blinkt. Na prawem, na prawem, na prawem jajku, rauwisg. Ok, das wieder ein. Ok, das war's jetzt. Alle komplett genervensystem. Und jetzt hat sich der Nerwungssystem der Nerwungssystem? Er sagt, dass Rafaela auch das komplett machen möchte, weil es sind zwar noch Teile, wo es okay werden, aber so viel, wo... Er sagt, dass er die ganze Kopie der Nerwungssystem der Nerwungssystem ist. Ok, jetzt fügt sich das wieder ein. Er sieht man, also die Haut und das Gewebe... Und jetzt hat sich die Schraube auf die ganze Welt gezeigt. Das sind drei Teile, die aufgebaut werden müssen. Das sind die Schraube in den Schrauben. Ok, das fügt sich jetzt wieder ein. Und der Scan ist jetzt weg. Der Scan ist jetzt weg. Er sitzt gerade wirklich noch da. Er ist gerade überwältigt. Er ist... 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 Er fühlt sich einfach wohl gerade. Er ist aufgefallen. Er ist jetzt auch auf Beesus zu. Er ist questions nach Beesus. Und fragt Beesus, ob ich nicht da bleib? Er fragt sich Be이지, ob er da noch ein bisschen zu bleiben. Und jetzt kommt noch auf uns andere zu und bedankt sich gerade. Jetzt verabschiede das Ding und geht zum Portal. Wir sind in den Portal. Wir sind mit dem physicalen Körper. Wir freuen uns. Wir wünschen sich von potenziellen Veränderungen. Liebe Freunde, bleiben Sie gesund. Namaste. Untertitelung des ZDF, 2020